Ich freue mich, ich habe eine sehr tolle Runde heute Abend und wir sind alle sehr gespannt auf, dass das kommen wird. Wieder mal sieben Menschen, die sich eigentlich nicht näher kennen, aber das wird was, ich verspreche es Ihnen, verspreche Ihnen anderthalb unterhaltsame Stunden. Und ich fange an mit der Vorstellung meiner Gäste und sage als erstes, für immer matular. Es ist die Rolle seines Lebens, ein Fall für zwei, aber er erzählt, dass er gleich mehrere Leben gelebt hat. Und da bin ich sehr gespannt auf. Klaus-Theo Gerbner im Kölner Treff. Wir freuen uns. Ihr schönes Aussehen ist ohnehin anziehend, aber für Ihr neues Musikvideo hat sie alle Hüllen fallen lassen und sie sagt dazu, Nacktheit ist echt und wahr. Das meinten Sie, die Frontfrau der Band, Frieda Gold, Alina. Freue mich. Es war ein Schicksalsschlag. Mit acht Jahren geriet sie unter einen Güterzug, weil sie hinter ihrem Hund herlief und sie behauptet, sie habe sich nie wieder gewünscht, Beine zu haben. Eine beeindruckende Frau. Silke Nauen-Betz. Herzlich willkommen im Kölner Treff. Und bei ihm kann ich nur sagen, mit ihm ist jeder Film sehenswert und seine aktuelle Bandbreite zeigt sich darin. Er spielt zum einen einen abgehalfterten Pornodarsteller. Entschuldigung. Und in einem anderen Film einen todkranken Schwulenbauer. Ich freue mich sehr auf André Henneke. Herzlich willkommen. Als Stadionsprecher ist er in Bochum längst ein Star. Aber die neue Fernsehserie über die wahre Familie Wurst, die wird seinen Erfolg und seine Beliebtheit steigern. Herzlich willkommen, Michael Wurst und dahinter Vater und Onkel Herbert und Manfred. Vor neun Jahren wurde sie Germany's Next Topmodel. Und heute ist sie, beziehungsweise sagt sie, das perfekte Modelgewicht. Das habe ich nie erreicht. Ich freue mich und bin gespannt auf Barbara Mayer. Herzlich willkommen. Draußen ein Zelt. Im Winter. Alleine. Schlafend. Das muss man wollen. Ich weiß nicht genau, ob er ein Selbstexperiment gewagt hat, weil er Naturliebhaber ist oder warum auch immer. Michael Boning hat es jedenfalls 207 Nächte versucht. Herzlich willkommen. Ich habe es sehr gerne muckelig warm. Und als ich gehört habe, dass du 207 oder 204 Nächte, 204 Nächte im Freien, hat der Mann eine Midlife-Crisis? Ist die Ehe kaputt? Was ist los? Was treibt diesen Menschen? War beides vielleicht, ne? Vielleicht alles zusammen eventuell. Nein, ich schlafe schon immer gerne draußen erst einmal. Als Kind habe ich mich gerne im Hochsommer so auf die Waschbetonplatten der heimischen Terrasse gelegt und dort die Nacht verbracht. Und dann bilde ich mir ja schon seit ewigen Zeiten ein, im vorigen Leben ein Shetland-Pony gewesen zu sein. Und das habe ich so vielen Freunden auch mittlerweile gegenüber erzählt und behauptet, dass ich es mittlerweile selber glaube. Du warst ja auch im Zuge dieser Reise auf den Shetland-Inseln. Ich bin dann auch mit meinem Zelt, als mir das in Deutschland zu dröge wurde und zu warm, auf die Shetland-Inseln gefahren und habe da Shetland-Ponys leibhaftig getroffen. Haben die dich erkannt? Ich behaupte ja. Aber das ist halt vielleicht auch Autosuggestion. Aber du konntest denen in die Augen gucken. Du bist ja nicht so richtig lang. Also meine Mähne war kürzer als die der Pferde auf jeden Fall. Okay, ist in Ordnung. Aber das fing ja eigentlich gar nicht mal als Experiment an, sondern du hattest irgendwann Bock, ich gehe jetzt einfach mal was Heißes raus. Ganz profan. Es gab ja im letzten Sommer, also Sommer 2015, so ein paar ganz heiße Tage, 40 Grad. Da konnte ich zu Hause nicht einschlafen und habe mir gesagt, jetzt gehst du halt nach draußen in München an die Isar. Isar, kühles Wasser, da kann man eventuell besser einschlafen. Und da fand ich dann keinen Platz am Ufer, sondern so eine Kiesbank im Wasser, so eine richtige Insel. Ich bin dort hingewartet, fühlte mich so wie so ein Entdecker wie James Cook mit seinem ersten Betretener Australiens. An der Isar in München. Genau, tauchte das auch gleich die Bruning-Insel und fühlte mich dort dann so gut gleich in der ersten Nacht, dass ich mir gedacht habe, jetzt gehst du auch gar nicht erst wieder nach Hause. Wie gefällt es dir so gut? Hier bleibst du fürs Erste. Und in der zweiten, dritten Nacht entwickelte sich dann auch so langsam die Idee, dass man jetzt auch mal länger einfach mal draußen bleiben könnte. Weil wir wären ja nur 90, wenn man Glück hat, dann sollte man noch möglichst viel mitnehmen. Zurück zur Natur heißt das, auch wenn man heutzutage gute Zelte hat, aber dein Zelt war nicht so richtig groß? Das war also das kleinste Ein-Personen-Zelt, das man so kriegt. Also ich konnte mich da so knapp aufsetzen. Wir haben das hier im Foto festgehalten. Ich frage mich nur, wie bist du denn da angezogen? Weil ich bin Camper. Ach so, das ist hier bei Camping Berger in Köln tatsächlich. Da kann man sich ja auch ruhig mal Gediegen anziehen, wenn man in der Stadt zeltet. Die Krawatte. Ich komme gar nicht drüber. Ja, nun, verkehrssicher halt. Aber wir haben ja auch einen Roller, den hast du auch daneben noch im Foto drapiert. Ja, gut, ich bin ja sowieso gerne aus Muskelkraft heraus selber immer unterwegs. Also ich bevorzuge sonst auch das Fahrrad. Hier war jetzt die besondere Aufgabe, den ganzen Hausstand sozusagen in einem Rucksack mit sich herum zu transportieren. Und da war der Roller dann geeigneter. Wir haben uns heute wieder Sorgen gemacht. Es hieß, alle Gäste sind da, nur Wiegald Bohnenig nicht. Warum nicht? Der ist mit dem Fahrrad am Hotel gestartet und noch nicht hier. Also du fährst tatsächlich auch, wenn du unterwegs bist, fährst du auch mit deinem Rädchen. Nach Möglichkeit schon immer. Das ist sehr tapfer. Ich bin halt, wie sagt man, Frischluftfanatiker im ganz einfachen Sinne. Also ich fühle mich einfach besser, wenn ich draußen bin. Okay, du hast das Experiment gemacht und deine Kreise wurden weiter. Ja. Hast du zwischendurch woanders mal zwischendurch so übernachtet oder hast du das durchgezogen am Stück? Ich habe das durchgezogen. Es gab zwei Mogeleien. Die eine, ich bin mal aus Versehen auf einem Hotelbett eingeschlafen und mit einem furchtbar schlechten Gewissen nach einiger Zeit aufgewacht und habe mich dann sofort wieder auf den Balkon geflüchtet. Die andere war vorsätzlich. Es gibt, wie heißt das, vielleicht kennt das der einen oder andere, Tropical Islands. Das ist so die ehemalige Zeppelin-Cargolifterhalle in der Nähe von Brandenburg. Da kann man überdacht zelten und das wollte ich mir unbedingt mal irgendwann als vorsätzliche Mogelei antun. Wie lange brauchst du heute, um dieses Zelt aufzubauen? So drei, vier Minuten, dann ist das erledigt. Das ist gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, Campen ist nicht meins. Zelten war es noch nicht. Ich habe es nur einmal gemacht und das war kein Erfolg für den Platz nicht und für mich nicht. Alina, Sie kommen aus Hattingen, mitten im Ruhrgebiet. Haben Sie früher mal gezeltet mit Ihren Eltern? Ganz viel, ja. Echt? Ja, ja. Gefühlt habe ich eigentlich auch mein halbes Leben im Zelt verbracht. Wirklich? Ja. Also, ja, wir sind halt immer in den Campingurlaub gefahren und auch wirklich tatsächlich jedes Wochenende. Also meine Eltern wollten immer weg. Und macht das heute auch noch Spaß? Weil ich komme ja aus so einem bürgerlichen Haushalt. Meinen Eltern war das ein bisschen zu robust. Also da gab es nur einen Campingurlaub und meine Eltern haben dann gleich damit abgeschlossen. Zähltest du heute gerne? Ich habe es tatsächlich schon lange nicht mehr gemacht, was ich sehr schade finde. Ich fand das damals auch einfach schon so schön, sich da so zu erden und da irgendwie in so eine andere Wahrhaftigkeit einzutauchen. Ich weiß nicht, Klaus-Theo Gärtner, wer das war für Sie? Zelten? Als Pfadfinder habe ich viel gezeltet. Ach so. Aber dann hat sich das gegeben. Das waren aber noch sehr schwere Zelte früher, ne? Da waren so richtig... Boah, Koten hießen die. Das klingt... Ja, Dreiecks-Zeltbahn. Ja. Das klingt nicht schön, Koten, aber lassen wir das. Wie gerade, apropos, apropos robust. Wenn man immer so unterwegs ist, mit wenig Gepäck, wenig Sachen zum Wechseln, mit so einem kleinen Zelt. Ja. Sie haben mal ein schönes... Du hast mal ein schönes Lied geschrieben mit Olli Dittrich, das hieß Mief. Richtig. Ich weiß nicht, wieso ich da jetzt drauf komme, aber die Hygiene unterwegs. Nun, ja, ich glaube, dass wenn man zumindest mal mitgedichtet hat an so einem Song wie Mief, dann gelten Sonderkonditionen, das mal vorweg. Also habe ich mir dann so gesagt, wenn ich jetzt so campe, das ist natürlich ein Problem. Zum einen kann man ja das Zelt möglichst immer in der Nähe eines Sees oder auch auf dem Campingplatz in der Nähe eines Waschhauses aufstellen. Aber ich gebe zu, dass es dann vor allen Dingen so im Spätwinter die eine oder andere Woche gab, mit starkem Dauerregen, an deren Ende ich mich dann auch recht unsauber fühlte. Ja. Apropos, da kommen wir auf die Frage nach dem Damenbesuch im Ein-Mann-Zelt. Ja. Also ich meine, Bernhard Hohecker hat reingepasst. Ich habe ein Beweisfoto gesehen, dass er drin war. Da passten zwei Männer rein. Die sehen auch sehr erfüllt aus. Sehr glücklich. War das der einzige Besuch? Nein, es gab noch mehr Besuche, da habe ich aber keine Beweisfotos. Aber unterm Strich mal, du hast an besonderen Orten übernachtet, du hast in der Semperoper auf der Bühne geschlafen. Ja. Wer hat das erlaubt? Die Semperoper selbst. Das war aber nach meiner Zelterzeit. Also ich habe nach dem Zelten Interesse daran gefunden, einfach an ungewöhnlichen Orten zu übernachten. Mittlerweile, also da geht einem einfach viel, wenn man immer nur zu Hause im Bett liegt. Jetzt kriegst du ja ständig Angebote, wo du übernachten sollst. Also ich bin offen für Angebote. Sagen wir mal so. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das so ein langfristiges Sammelgebiet wird. Und ich weiß schon jetzt, dass an ungewöhnlichen Orten, wenn sich die Gelegenheit bietet, dort zu übernachten, sage ich nicht nein. Unter anderem hast du auf der Mittelfeldlinie im Weserstadion übernachtet. Ja, im Mittelkreis. Auch da haben wir einen, man sieht dich jetzt noch, du bist das kleine... Ja, das rote da ist mein Zelt, genau. Werder Bremen, ich passe es. Ich kann noch mal nach Bochum, wie gesagt. Ja, kann ich nach Bochum kommen, kann ich für euch auch. Ja, klar, aber man kann es im 16er-Bend, wenn du willst. Okay, ja, ja, auf Neldmeter-Punkt. Allerdings, das war vor dem Derby gegen den HSV, am nächsten Tag haben die verloren, also hat Werder verloren. Und ich hatte mir sonst ausgerechnet, im anderen Fall, dass ich dort immer wieder eingeladen werden würde, hat der Verein schon angekündigt, das ist jetzt nicht der Fall. Ich darf doch nicht mehr vor einem Spiel übernachten. Dann können wir das doch auch mal probieren. Dann können wir das mal abprobieren. Dann klappt das ja irgendwo besser. Sag mal, wo du so begeistert bist, hast du inzwischen einen Ausweis ohne festen Wohnsitz? Darüber habe ich noch, also zwischenzeitlich immer mal so als Spinnerte, als Spinnerte nebenweg nachgedacht, aber noch nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. Aber ist vielleicht was fürs Alter. Ganz im Ernst, weil man meint ja immer, dass Zelten, sowas mit Jugend, und da muss man noch einen gesunden Rücken haben, um das zu ertragen und so. Ich glaube, dass das nicht altersabhängig ist. Aber mal ganz im Ernst, was hat das Experiment, was ja lange gedauert hat, zwei, vier Tage sind ja fast schon, naja, drei, viertel Jahr. Was hat das eigentlich für dich gebracht? Außer noch einen in den Kölner Treff. Gewisse Erkenntnisse. Zum Beispiel habe ich jetzt für mich feststellen können, dass Häuser und auch Heizungen überbewertet werden. Sofern man einen trockenen, angeeigneten Schlafsack besitzt und eine gute Isomatte und vielleicht noch einen Biwak-Sack oder irgendeinen anderen Wetterschutz brauche ich nicht mehr. Das weiß ich. Also Wohnungen haben natürlich ihre Berechtigung, aber weniger, um die Existenz zu erhalten. Das geht auch mit dem Zelt und vor allen Dingen mit einem Schlafsack. Der ist dann aber sehr, sehr wichtig. Die haben eher ihre Berechtigung in der Kultur als Stauraum, hatte ich jetzt so den Eindruck, um den ganzen Kram so aufzubewahren, den man im Laufe eines Lebens zusammenträgt. Schläfst du da immer ungeduscht in dem Schlafsack? Ja, eher ungeduscht. Ich meine, wenn du in so einem Stadion, dann musst du ja vorher duschen oder gehst du da immer so... Ja, ich habe so ein Overall, habe ich dann mit, also... Ja. Ach so, wie die Forensiker so. So ähnlich. Ja, 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 schon. Da kann man sich das ausmalen, genau. Wurde eigentlich in der DDR viel gezeltet früher? Ich weiß das gar nicht. Ja, sehr viel. Fast nur. Es war ja nicht viel Möglichkeit sonst, aber ich habe da nicht so mitgemacht. Ich habe mal mit einem Freund auf Umlands zelten wollen und wir sind da einfach hin, haben uns vorher nicht erkundigt und da war nur Schilf. Wir kamen gar nicht ans Meer ran und haben uns da in so einem Schiff so ein Zelt aufgebaut und da kamen die Mücken und dann sind wir am nächsten Tag wieder nach Berlin gefahren und haben das abgebrochen. Und da habe ich dann auch, ja... Das war... Aber das Experiment hat ja hingeräum. Das hat ja sozusagen Folgen. Apropos Folgen. Folgeobjekt? Ach, Folgeobjekt, ja. Also wir haben jetzt viel über Schlafen gehört im Zelt unter neuen Bedienungen. Ja. Du machst demnächst eine Sendung, von der niemand sagen würde, sie passt ausgesprochen gut zu den Öffentlich-Rechtlichen. Du machst Schnarch-Sendungen. Schnarch-Sendungen. Also eine... Das wird eine monothematische Show, in der es ausschließlich ums Schlafen geht. Gute Nacht, die Show vorm Einschlafen. Gibt es beim NDR demnächst. Also da hatten die DDR aber Sandmännchen. Muss man jetzt mal sagen. Also für mich eine traumhafte Fernsehidee. Also wir verbringen ja die Hälfte unseres Lebens im Schlaf oder fast die Hälfte und das muss ja auch im Fernsehen mal gewürdigt werden, finde ich, dass also die Realität ins Fernsehen einen Einzug hält und da werde ich mich mit meinen prominenten und nicht prominenten Gästen vor allen Dingen umschnarchen, Zähne knirschen, Einschlafrituale, Kuscheltiere, solche Sachen unterhalten. Es ist 20 Jahre her, dass du bekannt geworden bist durch RTL Samstagnacht und du hast so viele Experimente durchgezogen und gilt es als großer Unterhalter und ich kann nur sagen, das hat es bestätigt. Weiterhin viel, deine Kinder nennen dich Mr. Humorlos. Warum? Ich meine, die kennen dich näher. Ja, die kennen mich sehr gut. Also womöglich bin ich ja gar nicht so lustig. Also zumindest aus Sicht eines Kindes bin ich als Erziehungsprechtig doch vielleicht eher unkomisch. Das mag sein. Dann kauf doch mal ein Zweimann-Zelt und nimm einen mit. Also ich meine, so einen Jungen von deinen, was ja zwei. Die sind jetzt 18, also so große Lust mit dem Papa jetzt selten zu gehen. Alles klar. Trotzdem schönen Mut. Wie alt Boning. Ich habe es irgendwo gelesen, das ist ein Zitat, was mir gut gefällt. Ganz gleich, welche Rolle er spielt. Er ist ein Gewinn für jeden Film und gerade wieder preisgekrönt André Hennecke für den Film Strobel Bubblegum. Schwer auszusprechen. Der Filmpreis von Braunschweig. Braunschweig. Ne, Oldenburg. Und Oldenburg. Braunschweig habe ich nicht. Doch auch. Hab ich doch gelesen. Das weiß ich noch gar nicht. Vielleicht. Eine Abwesenheit zum Preisverurteil. Beides zu? Ne, da weiß ich, Braunschweig weiß ich nicht, aber das war der Oldenburg, dieser Simon Castell Award. Ja, das ist ein ganz, als bester Hauptdarsteller. Herzlichen Glückwunsch. Weiß ich nicht genau, aber bekannt ist sein Gesicht geworden durch die Darstellung von Serienkillern, von wirklich sehr unsympathischen Zeitgenossen, auch von Hitler-Gehilfen, alles Mögliche. Aber jetzt die Rolle in diesem Film, das ist ein, im wahrsten Sinne des Wortes, etwas abgehalfterter Pornostar. Wer ist auf die Idee gekommen, diesen Pornostar Udo Ochsenschwanz zu nennen? Ich glaube, das waren die Autoren, also ich habe da auch nicht so, ich fand ihn toll, das war schon mal eine Herausforderung, weil ich dann schon gegen diesen Namen spielen musste, weil, ja, ich bin da sehr froh, dass ich, das ist die erste Hauptrolle für eine Komödie überhaupt, die ich gespielt habe und da habe ich dann gleich den Preis bekommen und das war immer so ein kleiner Wunsch von mir, mal so ein Pornostar. Als Kind, als Jugendlicher, wenn man so feststellt, dass man einen längeren hat als all die anderen Jungs, denkt man immer darüber nach, vielleicht in die Pornobranche zu gehen. Das kam für mich halt nicht in Frage und deswegen wollte ich halt immer in den Film über die Pornobranche machen. In der DDR gab es doch keine richtige Pornobranche. Nee, gar nichts. Da gab es dieses Magazin und da waren so unscharfe Bilder von Geschlechtszahlen von Frauen auch abgebildet und dann hat man sich den Rest auch mit reinziehen müssen und so, aber das gab es nicht. Aber entschuldige, man hat doch hinterher in dem Wochenendhaus von Honecker, da hat man doch ganz viele Pornos gefunden. Ja, die durften ja am besten einkaufen. Und ab und zu kam ja mal so eine Zeitschrift rüber, da hat man sich das angeguckt, aber im Grunde genommen war das ja so, da gibt es diesen Witz, ein DDR-Bürger geht an der Mauer vorbei, guckt sich das eine Weile an und sagt dann, na ja, immerhin besser als Einzelhaft. Und dann heißt das ja, das große Glück in der DDR war ja, dass die Frauen auch eingesperrt waren. Also sie haben sich genauso gelangweilt und deswegen haben wir sehr viele Partys gemacht und wenn man eine Frau auf einer Party getroffen hat und so und hat die gut gefunden, man hat mit der geflirtet und die ist dann weggegangen und der Kumpel hat gesagt, na was denn, wird sie nicht hinterher? Und dann hat man gesagt, na ja, wie weit kommt sie denn? Du sagst bei euch, in der DDR gab es halt keine Pornobranche in dem Sinne, dabei haben ja viele Schauspieler im Westen immer so Pornos synchronisiert und reden da heute auch drüber, damit hat man sich halt ein paar Mark verdient und so und dann funktioniert das. Was war denn die größte Herausforderung? Einen Pornodarsteller zu spielen in einer besonderen Rolle, das ist eine Komödie oder eben zum ersten Mal eine Hauptrolle in einer Komödie? Eher das Letzte, weil ich damit keine Erfahrung hatte. Ich habe schon mal so Komödien mitgemacht, kleine Rollen und so, aber jetzt eine ganze Rolle komisch zu gestalten. Die meisten Leute, die mich kennen, die sagen, na du bist ja eigentlich immer so wie in dem Film und so war man sich denn da früher niemand besetzt. Dann habe ich gesagt, ja gut, die sehen da halt was anders in mir und dann durfte ich halt, es war kurz nach dem Jonathan, wo ich den Sterbenden gespielt habe, da konnte ich natürlich dann richtig mich austoben und das hat wunderbar mit der Gloria funktioniert und das ist ja, ich habe ja diesen Preis bekommen und das Kuriose ist ja, da befinde ich mich in einer ganz merkwürdig paradoxen Situation, weil Oldenburg ist ja ein Kino-Festival und der NDR hat offen gehalten die Option, dass wir vielleicht ins Kino kommen, wenn wir einen Verleih finden. Dann habe ich halt den Preis bekommen und jetzt habe ich erfahren, dass die Planungsebene im NDR schon vor drei Wochen beschlossen hat, dass der auf den Sendeplatz kommt und jetzt haben wir einen Verleih gefunden und wollten ins Kino kommen und dann haben die gesagt, ja, es tut uns leid, aber dieser Vorgang ist halt nicht alternativlos. Ist egal, außer wir sehen nicht. Jetzt habe ich einen Kino-Preis für einen Fernsehfilm bekommen. Ja. Das ist, und nacheinander diese beiden Filme, wir zeigen gleich einen Ausschnitt von dem wunderbaren Film Jonathan, aber erstmal, ich habe den Film noch nicht gesehen, für den sie den Preis bekommen haben, aber die Szene hier, die wird alle animieren, da reinzugehen. Ich frage mal ganz neugierig, gibt es auch Sex-Szenen? Ja, man sieht sogar echte Genitalien, aber das ist ja in der Branche so, dass die da auftauchen und da gibt es ein paar Szenen, ja. Ich wollte es ja nur wissen. Ja, ja, richtig hardcore, also sollte man sich unbedingt angucken. Wir hatten bei der Vorführung sehr viel ältere Leute drin, alle so über 50, 60, die haben am meisten gelacht und gestrahlt und die guckten danach, die waren alle so glücklich und teilweise haben sich so Frauen in den Weg gestellt und haben so, die waren irgendwie erinnert an ihre Jugend, weil sie selber welche gemacht haben oder immer mal machen wollten, aber das ist halt ein schöner Blick, weil wir durch die ganze Porno-Branche gehen, also die Hinterhofsachen bis in die Hochglanzindustrie und so und das ist für mich auch ein guter Einblick gewesen. Hatten Sie da eigentlich auch so eine Art Grenze oder so ein Schamgefühl, was Sie überwinden mussten? Nee. Auch für eine blöde Frage, was? Ich kriege es ja bezahlt, das ist ja mein Job, dass ich mich ausziehe und diese Sachen mache, weil das gut finde ich. Das sagen die Porno-Dachsteller aber auch. Ja, die sind aber eher so witziger als ich. Jedenfalls hat Jasmin Tabata-Weid die da auch eine kleine Rolle spielt in dem Film, die hat gesagt, sei mit Ihnen ein Fest der Sinne gewesen. Das klingt doch schon mal sehr schön. Ja, toll, ich bin überrascht. Aber abgesehen davon, wir haben ja auch heute Klaus-Diogentner dabei mit seiner Autobiografie. Sie haben ein Buch vor, in dem Sie im Grunde genommen ein Buch über Liebschaften schreiben. Also Ihre eigenen, wohlgemerkt. Wie dick wird denn das Ding? 400 Seiten, aber ich will es kürzen. Ja, das sind halt ein paar aufregende Geschichten passiert, die habe ich halt immer erzählt und die Leute sagen, das musst du unbedingt da aufschreiben, weil das teilweise Geschichten sind, die man sich nicht ausdenkt, die in keinem Film vorkommen dürfen, weil jeder sagt, das gibt es nicht, so etwas passiert einfach gar nicht und so. Und da habe ich jetzt angefangen, das zu schreiben und ich habe es nämlich selber, wenn ich das schreibe. Haben die Namen da geändert? Ja, auf jeden Fall, ja, manche wollen das halt nicht und ich will da auch keine Klagen haben und das wird dann mit anderen Namen stattfinden. Aber es wird wahrscheinlich auch lustig, wie ich... Auf jeden Fall, weil ich hatte ja meinen Krimi rausgebracht, der war halt nicht so lustig und so. Ja, das ändert sich jetzt irgendwie, ich kriege jetzt hier Komödien und jetzt schreibe ich lustige Bücher und ich lache auch gern und ich bringe auch andere gern zum Lachen und ich stelle die Geschichten, vielleicht mache ich dann eine Lesereise und alle lachen noch viel mehr und es wird viel zu wenig gelacht heutzutage. Jetzt machen Sie uns aber trotzdem ein bisschen neugierig und in welche Richtung das geht. Können Sie das in einem Fall so sagen? Oder anreißen? Ah, nee, das müsste ich, weil die Zeit ist nicht da, da kommen die anderen nicht mehr zu Wort. Also das sind wirklich komplexe Geschichten, die über... Also ich meine, wenn Männer über Liebschaften reden, ja, dann kommen die anderen nicht mehr zu Wort. Wollen wir doch mal eben festhalten hier in der Runde. Aber ich wollte tatsächlich jetzt auf den anderen Film auch eingehen, denn eben haben wir diesen Film gesehen, gerade preisgekrönt, beziehungsweise sie in der Rolle und dann gibt es aber einen, der seit gestern im Kino ist und der heißt Jonathan und das ist ein ganz, 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 ganz anderer Film. Sie sind ein ganz anderer, auch erkennbar ganz anderer Mensch, nämlich ein alter Mann, ein älterer Mann, auf der Schwelle zum Tod, weil er Krebs hat und nicht mehr lange Zeit hat und er konfrontiert sich selber mit seinen Lebenslügen, weil seine große Liebe plötzlich auf der Matte steht und seine große Liebe war ein Mann, was beispielsweise der Sohn von ihm nicht weiß. Und es kommt in diesem Film zu einer, wie ich finde, ich habe den Film gestern gesehen, ergreifenden Liebesszene. Es ist sozusagen die Schwelle zum Tod, die die beiden durchbrechen mit dieser Liebesszene. Im Krankenhaus. Im Krankenhaus. War es eine große Diskussion, ob man so etwas zeigen kann? Der eine ist vom Tod gezeichnet, ist im Krankenhaus, hängt an Schläuchen und der andere, sein früherer, früherer Liebhaber, will ihn noch einmal, in dem Fall müsste man sagen, beglücken, weil es da um ein verlorenes Glück geht. Ja, ich hatte da auch ein bisschen Bedenken und aber der Regisseur, der Piotr Lewandowski, hat ihn zerstreut, weil er sagt, es geht, klar, zwei älter Männer liegen im, ich war voller Schläuche überall und die liegen nackt im Bett und machen da Sex und es funktioniert halt nicht und da hatte ich schon Befürchtung, dass das lächerlich werden kann, es kann umkippen, aber er hat daraus eine Liebesszene gemacht. Es geht ja nicht darum, dass die da nochmal Sex haben wollen, sondern er liebt ihn und tut ihm diesen Gefallen, weil er im Sterben liegt und das ist eigentlich eine Liebesszene und deswegen, wir haben ja die ganzen Diskussionen, wir haben jetzt eine Woche, zwei Wochen haben wir ja eine Premieren-Tour gemacht und es wurde nicht einmal erwähnt, dass von den Zuschauern, dass das eine homosexuelle Beziehung ist, nur einmal bei einer Gay-Vorstellung in München da wurde darüber gesprochen, aber weil das deren eigene Probleme dann auch sind und es geht um diese Zuneigung, um die Liebe. Es ist eine Kernszene auch im Film und wir möchten sie kurz zeigen. André Henneke und Thomas Labacher. Also ich bin nicht so nah am Wasser gebaut, aber ich habe gestern wirklich sehr geweint, weil mich der Film so berührt hat, weil es um Lebenslügen geht, um Liebe geht, um das, was eigentlich wahr ist und für Sie war es, glaube ich, eine besondere Herausforderung, weil Sie beim Spielen wahrscheinlich an Ihre Mutter gedacht haben, die Sie in den Tod begleitet haben. Ja, als ich das Drehbuch bekam, das war medizinisch gesehen genau die letzten vier Wochen meiner Mutter. Ich habe halt, weil man, als sie die letale Diagnose hatte, Metastasen und einen Tumor und hatte so ungefähr noch vier Wochen und da habe ich halt alles abgebrochen, bin zu ihr runter und habe die letzten vier Wochen mit ihr verbracht und ich habe sie begleitet, die ganze Zeit und habe das alles gesehen, diesen Krankheitsverlauf, wie sie gestorben ist und ich habe die letzten zwei Tage habe ich sogar bei ihr im Bett gelegen und habe sie in meinen Arm gehalten, wie sie mich als Kind im Arm gehabt hat und ich habe, das hat sich halt bei mir eingefräst und als ich das Buch las, wusste ich sofort, wie ich diese Rolle spiele. Ich habe mich nicht vorbereitet, ich habe keine Ärzte konsultiert, keine Patienten, weil ich bin ja dann noch ein Dreivierteljahr als freiwilliger Sterbebegleiter in den Hospiz gegangen. Danach? Danach, ja, nachdem sie tot war, weil ich dachte, ich müsste da hin, weil den Leuten geht es noch dreckiger als mir und ich dachte, das würde mich erleichtern, aber es wurde noch schlimmer, weil die Leute dann, die kamen rein, starben, ich begleitete sie, kriegte ihre Lebensgeschichten mit und da habe ich einen kennengelernt, Jürgen hieß der, das war ein Ingenieur, der hatte eine Familie, eine Frau, zwei Kinder und er lag halb im Sterben und er sagte, er würde unbedingt gerne mal seine beiden Kinder sehen und da habe ich gesagt, kein Ding, da sagst du mir die Namen, wir gehen dann ins Netz, rotes Kreuz, können wir recherchieren und so und der hat dann gesagt, naja, er hat damals gedacht, das kann ja nicht alles sein mit der Familie, das hat ihm nicht gereicht und er hat über Nacht die Familie verlassen und hat sein Leben geliebt, als Abenteuer, hat Frauen kennengelernt, hat Partys gemacht und da habe ich gesagt, ja, es geht ja darum, man kann ja viele Fehler im Leben machen, aber man muss am Ende die Rechnung begleichen, man muss, und vielleicht könnt ihr euch versöhnen, sagt mir die Namen und dann kommen die, vielleicht kommen sie nicht und dann hat er gesagt, ich habe die Namen vergessen von meinen Kindern und da habe ich gedacht, das ist so wie in einem Film, dass man die Entscheidung, die man im Leben trifft, man sollte immer davon ausgehen, dass sie am Ende einen wieder einholen, ich sage, für die kleinen Fehler kriegt man immer Rabatt, aber für die großen, da muss man immer draufzahlen und das ist dieser Film, dass man sozusagen seine Rechnung schon im Leben begleicht, man soll nicht immer daran denken, dass man sterben wird, sondern man sollte wissen, dass man am Ende dafür bezahlt. Ja, der Sohn spielt ja auch eine ganz erhebliche Rolle in diesem Film, gespielt von Janis Niewöhner, auch ganz wunderbar, ich finde, aber noch eine Frage zu Ihrer Mutter, wenn ich Ihr Leben richtig verfolgt habe oder beziehungsweise mitbekommen habe, was ich gelesen habe, war Ihre Mutter ja eine sehr starke Persönlichkeit und eine Frau, die immer dafür gekämpft hat, dass aus Ihnen, dem sehr halbstarken André, sage ich jetzt einfach mal so, doch was wird, dass aus dem mehr wird, dass der vielleicht Schauspieler wird, die hat mehr für Sie gekämpft als Sie für sich damals. Ja, ja, die hat sich immer dann die Announce ausgesucht, wo gerade, sie wollte, dass ich Bühnenbildner wäre, wir sind dann nach Karmarkstadt, Chemnitz zum Theater, haben uns Kosi von Dutte, ich fand das alles furchtbar, haben mit den Bühnenbildern gesprochen und ich habe gesagt, das ist nichts so für mich, dann hat sie halt immer Bewerbung, da habe ich mich an der Fachstelle für Grafik und Gestaltung in Berlin-Schöneweide beworben für ein Grafikstudium, weil ich sehr gut malen kann, da hat, aber ich habe mir stark ausgeprägte Rot-Grün-Schwäche und dann konnte ich das auch nicht machen und dann hat sie halt diese Annonce von der Filmhochschule rausgesucht, wo Schauspieler gesucht wurden. Also sie ist schuld. Sie hat mich überall hingeschickt. Sie ist schuld. Nein, ich habe sehr viel gesoffen mit meinen Kameraden und sie wollte nicht, dass ich so Ende da oben und dann habe ich das natürlich, um ihr auch einen Gefallen zu tun, habe ich dann die Prüfung, den Test gemacht, habe ich bestanden und dann habe ich die Prüfung auch noch und dann. Das heißt aber, das Ende, das Sie begleitet haben, war auch eine Art Dankbarkeitsritus. Ich war ja immer nur in Berlin und sie hat sich halt gewünscht, dass ich öfter komme und ich war nur zu Weihnachten drei Tage da und dann war ich halt die letzten vier Wochen, habe für sie gekocht, obwohl ich gar nicht kochen kann, aber sie war so glücklich und meine Schwestern und die ganzen Nichten und Neffen waren ja auch da, aber die hatten eigene Familien, ich war halt die ganze Zeit dabei und ich glaube, sie war sehr zufrieden über dieses und ich auch, weil ich meinen Vater nicht habe verabschicken können, aber bei ihr war ich bis zur letzten Stunde dabei. Als Schauspieler spielt man alle möglichen Grenzsituationen auch im Leben, wenn man zumindest so viele Angebote hat wie Sie, aber so etwas Wahres zu erleben, so dramatisch zu erleben, wie stark hat Sie das beeinflusst oder gehindert, wieder in einen Alltag, in Ihren Alltag zurückzukehren? Ja, ich hatte immer gedacht, ich muss einen Abschluss finden, weil das ja ein sehr einschneidendes Erlebnis ist, wenn man die Mutter verliert und die ja beim Sterben zusieht und ich bin dann aber zu der Überzeugung gekommen, dass ich das gar nicht abschließen will, ich will ja nicht mit meiner Mutter abschließen, auch nicht mit dieser Zeit, sondern ich muss es verarbeiten und dadurch, dass ich dieses Angebot bekommen habe, durfte ich diese Erfahrung in ein Kunstwerk verwandeln und dadurch hat mir das geholfen und wenn meine Familie diesen Film sieht, dann sehen die irgendwo auch ein bisschen von meiner Mutter, weil ich genau diese Geschichte ja nachspiele, weil ich das ja bei ihr gesehen habe und deswegen habe ich dann sozusagen diesen Schlussstrich, gibt es nicht, aber ich habe es verarbeitet und ich kann da besser jetzt mit umgehen. Jonathan, ein ganz großer Film mit André Hennecke, danke, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Es fällt ein, wenn wir eben darüber gesprochen haben, was ist wahr, was ist tatsächlich realistisch, was ist nicht Kunst, sondern pur erlebt. Da bin ich gleich bei Ihnen, liebe Alina, Brondfrau von Frieda Gold und dem, was Sie künstlerisch eigentlich wollen, weil Sie immer sagen, es muss im Grunde genommen auch bei dieser ganzen Musikgeschichte, es muss immer das Pure sein, was da rauskommt. Ist das der Grund gewesen, das Pure, weshalb Sie sich für Ihr Video zu dem neuen Album schlicht und ergreifend ausgezogen haben? Das hat man ja nicht so häufig, das können Sie sich ausziehen und singen. Also ich glaube, da muss man ein bisschen vorher auch noch ansetzen. Also wir haben mit Frieda Gold einfach echt wunderbare Jahre erlebt und wir konnten uns total viel ausprobieren und ich habe immer so das Gefühl, ganz egal, wie lange ich vorweg auch schon Musik gemacht habe, es ist trotzdem noch mal was anderes, wenn dann die Öffentlichkeit zuguckt. Und ich hatte einfach eine unheimliche Ausprobierphase und ich habe mich irgendwie nicht gefunden und ich hatte auch irgendwie immer das Gefühl, irgendwann, ich müsste so ein Bestand, einen bestimmten Bereich von mir abstecken und sagen, okay, das ist Frieda Gold und das passt da in die Rolle und alles andere ist irgendwie Alina und das irgendwie bleibt außen vor. Ich glaube, durch dieses, durch dieses sich selbst finden wollen und eben einen Spiegel von der Öffentlichkeit bekommen und wir hatten jetzt, wir haben uns zwei Jahre wirklich zurückgezogen und haben an diesem Album gearbeitet und in dieser Phase sind einfach viele Dinge passiert, die mir so deutlich gemacht haben, es gibt eigentlich dann doch nur eine Wahrheit. Also für mich ist es zumindest so und ich möchte nicht zwei unterschiedliche Persönlichkeiten bedienen oder eine Sache bedienen müssen und ich wollte es wirklich runterbrechen und ich wollte auch mir selbst so diese Herausforderung auch so ein Stück weit abverlangen, sicherlich in diesem Video. Ist das schwer gefallen, das Video zu drehen? Nee, also das war einfach eine ganz bewusste Entscheidung. Ja, aber die Entscheidung zu treffen und mit der Kamera nackt zu sitzen, sind ja zwei verschiedene Sachen. Wenn ich mal was entschieden habe, dann ist das irgendwie eigentlich, dann sind damit auch die Zweifel weg. Also wir haben uns wirklich einfach, wir haben uns gefragt, was kann als nächstes für Frieda Gold einfach relevant sein und das war eben das Thema und so ein Videodreh besteht ja auch nicht nur aus dem Dreh an sich, sondern das ist ja die Vorbereitung auch darauf. Also wir haben wirklich ein tolles Team gefunden, die Regisseurin ist eine Frau, mein Bruder stand viel hinter der Kamera, also einfach so ein paar... Eine Vertrautheit. Absolut, wir haben in meiner Wohnung gedreht. Also wir wollten uns einfach nah ranholen und haben uns viel Zeit gelassen, viel Zeit gelassen dafür, dass Emotionen passieren konnten. Ich bin eben kein... Ich brauche dann eben... Ich wusste auch nicht, wie funktioniert das und wie funktioniert das wirklich. Wir wollten vor allem Emotionen, pure Emotionen sein und haben uns dafür einfach ganz viel Zeit und ganz viel Intimität. Und es sieht halt wunderschön und sehr, sehr persönlich aus. Das neue Album von Frieda Gold mit Alina. Sie lächeln mich jetzt so ganz warm an und ist es immer noch ein bisschen schüchtern, wenn man sich selber dann sieht. Ach, ich bin grundsätzlich schüchtern. Aber auch sehr offen. Also die Texte in dem Album, Sie schreiben, was man ja nicht unbedingt erwarten kann, auch von Ängsten, auch von der Einsamkeit und Sehnsucht im Jet-Set-Leben beispielsweise. In das Sie ja erst vor wenigen Jahren reingepurzelt sind. Eine junge Frau aus Hattingen, die eigentlich mal klassische Musik machen wollte, nämlich Querflöte, wird Popstar und führt natürlich auch ein Leben in ganz anderen Breitengraden oder Umlaufbahnen, wie auch immer. Wie groß ist da manchmal die Sehnsucht nach einem ganz biederen, normalen Alltag? Die ist da. Die ist definitiv da. Also gerade auch, wenn man so... Ich komme eben auch aus einer ganz bodenständigen Familie, aus einem ganz normalen Alltag, aus einem ganz normalen Ablauf und irgendwie auch da. Also wenn man... So ein Ruhrgebiet ist ja irgendwie auch... Es ist einfach alles sehr geerdet. Absolut. Und natürlich habe ich da nach Sehnsucht. Aber ich habe gerade auch so im letzten Jahr feststellen müssen, weil es ist natürlich auch ganz viel ganz Tolles passiert und ich durfte so viele Orte sehen und ich konnte dann an so vielen Orten in der Welt Musik machen und habe da ganz tolle Menschen gefunden für mich und so. Und trotz alledem, glaube ich, ist aber die Sehnsucht vor allem immer dann groß, wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie in sich selbst nicht so richtig angekommen und nicht so richtig zu Hause. Und ich glaube, das ist eigentlich so der Weg oder auch ein Stück weit so auch mein Ziel oder auch das, was das Album vor allem beschreibt. Ich glaube, man trägt einfach sein Zuhause eigentlich mit sich. Das ist ja auch, wenn Sie von zu Hause reden, das ist ja auch irgendwie eine interessante Geschichte, fand ich. Das Album sollte jetzt auf Englisch erscheinen. Das heißt, wir sollten Englisch gesungen werden. Das war im Prinzip alles klar und schon praktisch fertig. Und dann haben Sie gemerkt, das funktioniert nicht. Das wollen die Leute nicht. Die, die uns mögen, die Frieda Gold mögen, die wollen uns weiter in deutschen Wörtern hören und nicht irgendwie anders und haben dann alles nochmal sozusagen neu gemacht. Ja, es war einfach so, wir haben uns in den Schreibprozess des dritten Albums so begeben und die Sachen sind einfach auf Englisch passiert. Also ich habe auch immer das Gefühl, man sitzt da ja nicht und schreibt und schreibt und irgendwann, sondern bei mir ist es wirklich so, dass wenn ich so eine gute Verbindung habe und so, dann kommen die Sachen einfach. Sie sind ja auch auf den Vereinigten Staaten. Ja, und ich habe vor allem auch eine ganz intensive Beziehung zu einem Amerikaner gelebt. Also ich habe wirklich auf Englisch gelebt und geliebt und die Sachen haben sich auf Englisch durchgesetzt und ich glaube auch einfach daran, wenn man sich als Künstler empfindet oder so das Gefühl hat man, dann muss man diesen intuitiven Ding, die da passieren, einfach auch freien Lauf lassen und darauf haben wir uns geeinigt. Also Andi und ich, wir sind da in einem sehr engen Kontakt und haben gesagt, okay, wir machen es so und letztendlich war es klar, dass es ein Wagnis ist. Nach zwei deutschsprachigen Alben kann man ja nicht einfach so... Aber Sie haben das Rad zurückgedreht, dann machen wir es eben doch auf Deutsch. Ja, weil wir gemerkt haben, dass die Übersetzung nicht stattgefunden hat. Also wirklich, die Leute konnten damit nicht verknüpfen und so Musik ist dann doch, wenn man sie nur für sich selber macht, dann auch ganz schnell ganz einsam. Und ja, und dann sind wir aber eben auch mit der gleichen Überzeugung und auch das kriegen wir auch irgendwie ganz gut hin, sind wir eben, dann haben wir das Ruder rumgerissen oder haben auch gesagt, wir waren auch selbst so stolz auf den Prozessen. Ich glaube, manchmal muss man die Dinge auch einfach nur machen, um sie zu machen und gar nicht, weil man damit irgendwo hin will, sondern weil man diese Zeit und auch diese Distanz auch vielleicht zu dem, was man vorher gemacht hat, manchmal einfach auch braucht, um die Grenzen zu verschieben. Sie hatten eine Beziehung in Amerika auch zu einem kalifornischen Winzer. Ja. War nicht ja großartig. Warum haben Sie den verlassen? Weil der Chardonnese schläft. Nein, er ist auch noch ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Also das war wirklich einfach eine ganz tolle Begegnung. Das ist ja auch eine Begegnung von verschiedenen Welten. Da ist die Künstlerin und der Winzer, sprich Weinbauer, also sehr erdverbunden. Und bei Künstlern ist man eher immer so ein bisschen schwebend oder oft ein bisschen schwebend. Doch, der war auch schwebend. Aber was Sie eben gesagt haben, der ist ja sozusagen noch bei mir, auch als Freund. Das ist ja in Ihrem Leben, wir haben, als Sie schon mal im Kölner Treff waren, darüber gesprochen, dass Sie früher mit Andi ein Paar gewesen sind und dass Sie jetzt aber sehr, sehr eng verbunden sind, natürlich zusammen arbeiten, aber letztlich zusammen weiterleben. Das heißt, Sie sind ein sehr treuer Mensch. Ja, also, ja, vielleicht jetzt nicht so im allgemeinen klassischen. Also Andi lächelt jetzt sehr, jetzt lacht er ganz laut. Also ich glaube, ich bin ein sehr loyaler Mensch. Also ich habe so das Gefühl, ich glaube einfach, dass Begegnungen bleiben. Ich glaube auch nicht daran, dass wir Sachen abschließen können, wirklich. Aber wozu auch? Also die Verbindungen, die wir haben, die leben in uns weiter so oder so. Und wir haben es wirklich geschafft, also schon auch mit viel Arbeit, nach einer Beziehung, wenn die zu Ende geht, dann ist natürlich auch einfach ganz viel da, was aufgearbeitet werden muss. Und das haben wir eben gemacht, weil uns unsere Freundschaft so wichtig war, weil uns unsere Musik so wichtig war. Und ich muss wirklich sagen, wir leben jetzt auch einfach in einer lustigen Konstellation. Andi ist im letzten Jahr Papa geworden. Und das war natürlich auch so für den ganzen, ja, für unser Miteinander. Und dann sind Sie Quasi-Tante. Ich bin Patentante. Ah, genau, Patentante. Noch besser als Quasi-Tante. Und das waren einfach ganz, das waren ganz spannende Schritte, die wir da so miteinander erleben können, weil wir so eng sind, weil immer wieder auch Menschen mit dazukommen und das Ganze auch noch mit füllen. Und ich kann das einfach nur, ja, ich kann das einfach nur unterstreichen, dass es so wertvoll ist, wenn man die Menschen hält, die, mit denen man sich einmal tief verbunden gefühlt hat. Ja, und es gibt beispielsweise was Sie sagen, dieses Album wird auch durchzogen von Texten, da ist Angst vorm Scheitern, da ist überhaupt Angst ein ganz großes Thema. Und das macht einfach nicht nur, weil Sie da tatsächlich nackt, also höhlenlustigen, macht es einen sehr, sehr klaren, puren Eindruck. Ich danke Ihnen, dass Sie da sind. Alina, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Klaus-Theo Gärtner zum ersten Mal im Kölner Treff ist. Er hat seine Autobiografie geschrieben, mit der muss es jetzt gut laufen, denn Ihre Mutter hat in der Buchhandlung, wo wohnt sie, in Bochum? Oberhausen. In Oberhausen. Hat schon einige Exemplare aufgekauft. Richtig. Sie hat mich eben angerufen, ist mit ihrem Roulato, sie ist 95, ist mit ihrem Roulato zu der Buchhandlung und hat gesagt, wo ist mein Sohn? Sie haben gesagt, Sie meinen das Buch von Ihrem Sohn. Ja, wo ist das? Ich sehe keins. In einer Riesenbuchhandlung hat sie kein Buch gesehen. Ja, das steht da bei den Biografien. Da hinten? Nein, die müssen alle nach vorne. Bitte alle nach vorne. Frau Gärtner, morgen machen wir das. Sie sorgt für Umsatz. Und hat sofort gekauft. Wunderbar. Ich habe ja gedacht, das Buch müsste eigentlich heißen für immer Matula. Es heißt auch so ähnlich. Es heißt Matula, hau mich raus. Das ist ja eine Rolle gewesen über über 30 Jahre, mit der Sie Fernsehgeschichte geschrieben haben, Kultgeschichte geschrieben haben. Ist so eine Rolle eigentlich auch eine Art Opfer, weil man nicht mehr rauskommt? Segen und Fluch, kann man sagen. Auf der einen Seite in den 30 Jahren konnte ich natürlich nichts anderes machen, als hin und wieder mal eine Tournee oder Theater spielen, aber anderes ging nicht. Ja, und Segen ist, wer hat schon das Glück, 30 Jahre lang ständig beschäftigt zu sein in meinem Beruf. Das ist natürlich ein Segen. Und damit letztlich auch ein Bild zu erschaffen. Matula ist ja ein Bild. Ja, ich wollte zu dem Titel was sagen, Matula, hau mich raus. Das ist ein Songtext von einer Hamburger Band, die hieß Superpunk. Und denen haben wir den Titel geklaut. Gut. Sehr gut geklaut, muss man sagen. Aber in dem Buch sagen Sie auch mal ganz deutlich, ich habe eben nicht nur dieses eine Leben geführt über diese 30 Jahre. Mein Leben ist ja viel, viel mehr. Ich habe viele, viele Leben gelebt. Und deswegen würde ich jetzt gerne Ihre Frau fragen, die netterweise heute Abend auch dabei ist, mit der Sie seit 2008 verheiratet sind. Er hat Ihnen sein Leben erzählt. Richtig. Und Sie haben es dann aufgeschrieben. Genau. Wussten Sie eigentlich vorher alles von ihm oder kamen dann noch ganz überraschende Seiten an Ihnen zum Vorschein? Ich wusste vieles, sagen wir mal so. In den 14 Jahren zusammen sein, hat er mir die eine oder andere Geschichte natürlich vorher schon erzählt. Aber was ich zum Beispiel nicht wusste, was mich sehr berührt hat, was es mir erzählt hat, dass sein Vater gestorben ist, während er ein Rennen fuhr. Das ist mir dann beim Schreiben und beim Zuhören schon wirklich richtig eingefahren. Und ich habe Details natürlich erfahren. Ich wusste vieles so ansatzweise, aber nicht so im Detail. Das war natürlich spannend, ihn dann auch noch mal von der neuen Seite kennenzulernen. Haben Sie ihn eigentlich hier auf der Bühne gesehen als Schauspieler? Nein, leider nicht. Das habe ich mir nämlich gedacht beim Lesen so, weil ja natürlich dieser Matula so eine große Rolle in Ihrem Leben gespielt hat, dass Sie, der Sie ein begnadeter Bühnendarsteller gewesen sind, darauf letztlich verzichtet haben. Und da sind ja auch viele Geschichten in dem Buch über Ihre Bühnenzeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern einmal, also ich habe eine lustige Vorbereitung für diese Sendung gehabt. Ich würde nicht sagen, einmal habe ich heulend vor meinem Laptop gesessen bei Jonathan und dann habe ich mich kaputt gelacht über die Geschichte einer großen Premiere mit dem großartigen Schauspieler Klaus Thiergärtner, Kabale und Liebe in Stuttgart. Eine Premiere, wo alles schief ging. Hatten Sie das alles noch präsent? War das ein Trauma? Das war ein Trauma. Das muss man sich vorstellen. Was da alles auf, ich meine, ich kann das jetzt, würde Stunden dauern, wenn ich das alles erzähle, aber es war ein Chaos. Es war einfach Chaos und der Vorhang ist zum Schluss gefallen und wir sind von der Bühne gegangen und haben gesagt, oh Gott, das wird, was wird das werden? Soll ich mal ein paar kleine Stückchen erzählen? Also es ging ja wirklich alles, also von der Karaffe, die Sie ausgeschüttet haben, wenn der Anzug von Günter Strack warst du... Mein Auftritt, der war schon grandios. Ich trete als Wurm mit einem Stöckchen elegant auf und sehe mich auf dieses Stöckchen so stürzen, Premiere in Stuttgart. Ich finde das einzige Astloch in der Bühne und lag flach. Lache. Das nächste war, Günter Strack spielte den alten Miller, haut den Ohrensessel, so den Sessel rum und ich sehe, wie unten das Bein abbricht. Ich habe gedacht, naja, jetzt setze ich mal nicht so in den Sessel, sonst gibt der ja um und bin dann so sitzen geblieben, so ohne zu ahnen, wie schwer das ist, wie schnell das in die Muskeln und in die Knochen geht und durch die Anstrengung wurde ich immer leiser. Publikum, Lacher, lauter, habe ich noch nie gehört in meinem Leben. So ging das weiter. Dann kommt die berühmte Szene, wo Ferdinand der Luise ankündigt, dass er jetzt Selbstmord macht. Vorher ist, durch einen Umbau, der schief gegangen ist und so weiter, hat sich alles verzögert und es stand ein Glas mit der vergifteten Limonade auf dem Tisch. Dieses Glas war aber aus Zucker, weil er das nach dem Ausdringen auf die Erde geschmissen hat und ich an Ketten über den Boden bezogen. Und damit ich mir nicht was aufschneide, war das aus Zucker. Jetzt hat der Umbau aber so lange gedauert, der Zucker hat sich aufgelöst, er nimmt das Glas hoch, es ist nur noch ein Rohr und sagt, diese Limonade ist vergiftet. Aber keine Limonade da. Er trinkt, Lacher. Er schmeißt das Glas weg, ich werde auf den, mit Ketten auch von der Bühne gezogen, die Ketten reißen, ich bleibe liegen. Was soll ich machen? Abkriechen? Ginglich. Ich lag und lag, alles stand und wartete, wie der Kerl da von der Bühne kommt. Bis der Inspezienz so gnädig war, die Jungs wieder rausgeschickt hat, sie haben mich dann rausgetragen. Es war eine Katastrophe. Aber jetzt verstehen wir alle besser, warum sie 30 Jahre lieber Matula gespielt haben. Solche Mega-Erfolge kann man nicht planen. Und als Sie, das war ja Beginn der 80er Jahre, zugesagt haben, ich spiele das, da hieß es, da war der Schlagwort, ich habe mir aufgenommen, 100 Folgen okay, CTG. Da haben Sie immerhin 100 Folgen, sind ja schon mal unglaublich viel für eine Fernsehserie, muss man jetzt mal sagen. Ja, das war ja auch eine Fantasie von mir. Ja, eben. Der Produzent, der mich überreden wollte, ich hatte gerade eine Serie gemacht und war am Theater, an der Schaubühne, habe da gerade wieder angefangen und konnte da nicht schon wieder mit Urlaub kommen. Gott sei Dank dauert das mit Drehbüchern und Zusagen, bis das alles so funktioniert beim Fernsehen, dauert das einigermaßen lange. Und nun war ich ja nur an der Schaubühne und wollte da auch nicht weg. Und er fing dann an, wieder davon anzusprechen, willst du nicht doch den Matula spielen, der Günther Strack möchte das doch auch so gerne und so weiter. Ich hatte auch ein ganz anderes Thema drauf, habe mir so ein Rechnungsblock genommen, habe geschrieben, 100 Folgen okay, CTG. Hat das schön zusammengefaltet, ins Portemonnaie gesteckt und mir bei der hundertsten Folge tatsächlich hinter Glas gerahmt wiedergegeben. Geplant waren sechs Folgen. Und es wurden 300? Es wurden 300. Jetzt frage ich aber nochmal Ihre Frau. Sie, liebe Frau Gärtner, waren zwölf Jahre alt, als Sie ihn beschrieben haben. Was hat Sie an diesem Schauspieler so fasziniert? Das hat eigentlich paradoxerweise damit angefangen, dass ich nicht fernsehen durfte. In einem Pädagogenhaushalt war das nicht angesagt. Infolgedessen war ich in der Schule nicht angesagt. Da haben die ganzen Krimis, die die immer geguckt haben. Ich wusste von nichts. Und habe meine Mutter angefläht, doch wenigstens mal eine Ausnahme zu machen. Dann hat sie sich den Fall für zwei ausgesucht, weil sie sich gedacht hat, das ist jugendfrei genug. Und in dieser einen Folge musste der Matula ein Mädchen suchen, was von zu Hause ausgerissen war und musste die nach Hause bringen. Das hat er auch gemacht, hat sich ihre aber angenommen zuerst, hat sich mit ihr ins Lagerfeuer gesessen und mit ihr ihre Probleme diskutiert. Und dann habe ich gedacht, ach, so einen Kumpel müsste man auch mal haben und war dann eben Matula-Fan von der Zeit an. Und Sie, lieber Herr Gärtner, haben auf diesen Brief reagiert. Es war ja nicht nur der Brief. Er unterschied sich gewaltig von üblicher Autogrammpost. Es war eine, wie heißen die, diese Rohre, die man verschickt. Eine Rolle. Flaschenpost oder eine Rolle, eine Papprolle. Und da drin war ein Linol-Schnitt mit meinem Konterfall. Und ich wusste, wie schwer Linol-Schnitt ist. Ich habe es gehasst, wir mussten das in der Schule machen. Kennen Sie das, Linol-Schnitt mit dem Federchen? Von früher, genau so. Und tatsächlich, ich konnte mich sogar erkennen auf dem Linol-Schnitt. Hinzu kamen zehn wirklich höchst interessante Fragen, wo ich gedacht habe, eine Zwölf wäre, das hat das doch schon was von Marcel Prost. Und da habe ich gesagt, das Ganze nicht unhonoriert lassen. Aber da ich ein fauler Hund war, habe ich gesagt, antworten tust du sowieso nicht. Also heute hast du frei rumtelefoniert, bis ich ihren Vater in der Schweiz erwischt hatte. Sarah, da ist ein Herr Gärtner aus Deutschland für dich. Nichts passierte. Was haben Sie gesagt, wer sind Sie? Ich sage, Gärtner ist mein Name, ich bin Schauspieler, Ihre Tochter hat mir geschrieben. Er hatte keine Ahnung. Eben, kein Fernsehen. Er wusste nichts. Ich sage, Sarah, ich wollte dir mal die Fragen beantworten. Nichts. Sarah, bist du noch dran? Nichts. Hast du ihr die Sprache verschlagen? Ich war doch sehr überrascht, dass da plötzlich so ein Angriff kommt. Kann ich ja verstehen, dass du jetzt ein bisschen perplex bist, was man auch auf dem machen darf. So, ich rufe dich morgen wieder an und dann beantworte ich dir die Fragen. Schönen Dank für das schöne Porträt. Na gut, man kann hier einfach mal einen Cut machen und zehn Jahre springen. Denn zehn Jahre später, ungefähr eine Dekade später, waren Sie junge Journalistin und so trafen Sie sich irgendwann wieder und hatten aber diese wunderbare Anfangsgeschichte natürlich im Kopf, was ja auch total lieb ist von Ihnen, einem Kind dann antworten zu wollen, weil ein Kind sich so viel Mühe gegeben hat. Das hat ja auch was ganz Sympathisches irgendwo. Er hat dann aber tags darauf nicht mehr angeguckt. Also eine der vielen Geschichten in diesem Buch ist natürlich diese sehr schöne Liebesgeschichte mit Happy End. Aber wir müssen natürlich jetzt an dieser Stelle auch einmal noch zurückgucken auf eine lange Zeit mit Matula. Klaus-Theo Gärtner, Sie haben nach 300 Folgen gesagt, jetzt ist aber auch mal Schluss. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mich auch nicht mehr so schlagen muss und sonst irgendwie. Das Problem war nur, Sie haben gesagt, jetzt kommt ja was anderes. Ich bin in der Schauschule, habe viel gemeint, aber es kam aber nichts anderes, weil die Leute wollten Matula sehen oder sonst gar nichts. Sie haben ja mal den Heiner Geißler gespielt, das war glaube ich 2009. Ja, und das war so mein, das Erlebnis überhaupt. Also ich habe ja Mann aus der Pfalz, eine Verfilmung über Helmuts Kohls Geschichte und ich spielte den Geißler und las dann in der FAZ, was macht Matula in der Pfalz? Und da war mir klar, ich bin der Schauspieler verbrannt. Ich bin nur noch die Maske. Ja, hinter der Maske. Und da habe ich zur Produktion gesagt, Leute, noch zwei Jahre, dann haben wir die 300-Folge, dann höre ich auf. Dann bin ich mit meiner Frau auf Reisen gegangen, war eine lange Zeit unterwegs und habe gedacht, wenn ich zurückkomme, dann werden da schon die Angebote liegen. Aber nichts da. Kein Castingbüro hat sich getraut, mich zu besetzen, weil eben Matula. Und dann kam das ZDF und hat gesagt, hören Sie mal, Herr Gärtner, wir müssen, oder wir sind es dem Zuschauer, dem ZDF-Zuschauer schuldig, wie es mit Matula weitergeht. Hätten Sie Lust, weiterzumachen? Und da brauchte ich nicht lange überlegen, wenn Sie ein gutes Drehbuch haben, habe ich gesagt, mache ich gerne weiter. Kam ein gutes Drehbuch, jetzt haben wir wieder gedreht. Tja, ich würde mal sagen, eine Neverending Story und zwar eine gute. Klaus-Theo Gärtner. Alles Gute für Sie, vielen Dank. Darf ich noch dazu sagen, zu dem Buch gibt es natürlich auch ein Hörbuch. Das haben Sie das eingelesen. Habe ich eingelesen und die Kleine hat meine Frau eingelesen. Sehr witzig. Gut, alles klar. Vielen Dank. Es sind Geschichten mit Happy End heute, die wir ja hören und Ihre Geschichte ist auch eine mit Happy End, Silkenau und Bates. Es sah eigentlich, als Sie acht Jahre alt waren und einen schweren Unfall hatten, nicht gerade nach einem leichten, glücklichen Leben aus oder gar nach einem Happy End. Sie haben mit acht Jahren einen Unfall gehabt, Sie sind Ihrem Hund hinterher gelaufen und sind dabei unter einen Güterzug geraten. Und als Sie dann sehr viel später wach wurden, es war ein sehr, sehr schwerer Unfall, den Sie knapp überlebt haben, stellten Sie als achtjähriges Kind fest, meine Beine sind weg. Ja. Trotzdem, wenn man liest, was Sie über die Zeit und auch heute schreiben, dann klingt das so, als seien Sie auch als Kind nicht verzweifelt gewesen. Und das ist was, wo ich immer wieder drüber nachdenke, wie kann ein Kind, dem die Hälfte sozusagen weggerissen wird, wie kann ein Kind das verkraften? Wie haben Sie das gemacht? Wer war Ihre große Stütze? Das kann ich Ihnen nicht erklären. Ich denke nicht, dass ich das einzigste Kind bin, das diese Kraft hat oder spürt noch. Sondern wenn wir uns umschauen, viele Kinder, die an Krebs erkranken oder so sind, eigentlich stärker als die Eltern. Also es ist eine Kraft, die Kinder noch haben, die wir verlieren. Also es ist nicht, dass nur ich die habe. Aber es gibt ja jetzt einen Begriff, den man öfter hört, Resilienz. Ja. Sozusagen eine Widerstandskraft oder eine Kraft mit Schwerem umzugehen. Und ganz offensichtlich haben Sie davon ein Riesenpäckchen abbekommen. Ja, Resilienz kann man lernen. Das ist ja die Frage, warum zerbricht der eine und der andere nicht? Also das war ja so diese Resilienzforschung. Ich denke, wir haben einfach was Wichtiges vergessen in unserem Leben. Wir sind zu sehr damit beschäftigt, ja, also gewissen Dingen gerecht zu werden. Ja, wir haben eine Kraft in uns, die Kinder noch haben und die haben wir ja übernatürlich den Weg verloren. Und Sie haben diese Kraft als Kind eingesetzt und Sie haben sie behalten? Als Kind unbewusst, klar, unbewusst eingesetzt. Sicherlich bewusst, ja. Sie waren ja, Sie waren ja Monate dann natürlich krank, auch in der Reha und so weiter und so fort. Wie war denn die Reaktion, als Sie zurück in Ihre Klasse kamen? Die waren neugierig und die waren ja auch, ich sage mal, die Kinder waren ein Stück weit ja auch immer involviert. Ich durfte ja mal nach Hause, ne, Wochenenden und so weiter. Dann haben meine Eltern dafür gesorgt, ja, die haben das also mitverfolgt praktisch. Ja, und dann bin ich in die dritte oder vierte Klasse wieder rein. Ja, und dann waren die einfach neugierig, klar. Das heißt, wie Sie schildern auch, dass Ihre Eltern auf Ihrer Seite waren. Das heißt, die haben nicht gesagt, doch du armes Kind oder sie gaben Versteckte irgendwas, sondern haben gesagt, okay, wir führen weiter das Leben mit unserer Tochter. Das ist natürlich auch ein großes Glück. Ja, ja, klar. Denn es gibt auch Eltern, die damit gar nicht klagert werden. Die damit eventuell nicht, oh ja, klar. Darf ich Ihnen die Frage stellen, Sie waren achtmal der Unfall, dann wird man älter, Sie gingen zur Schule, Sie sind eine intelligente Frau. Wann haben Sie sich zum ersten Mal verliebt? Das erste Mal, ich glaube, zwölf oder so. Weil da ja natürlich auch die Frage ist, haben Ihnen Ärzte oder hat Ihnen Psychologe gesagt, ja, also, pass mal auf, liebe Silke, aber so mit Kindern oder gar Ehe, das Ganze komplett vergessen? Oder war in Ihrer Vorstellung immer ganz klar, ich habe zwar keine Beine, aber ich will eine Familie gründen? Ne, habe ich auch mit, also mit acht, neun oder zehn noch nicht drüber nachgedacht. Kam ja dann irgendwann sicher mit der Pubertät, wenn die mündlichen Wesen interessanter werden, ja. Damals habe ich irgendwo so dann mal gedacht, okay, ich hatte Liebeskummer, da habe ich dann gedacht, okay, dass ich mich wirklich kein normaler will, ne, dann gehe ich halt in die Rollisportgruppe Basketball, da finde ich dann so ein, war nicht notwendig. Ja, und Kinder war mir, also, ich war der Überzeugung, dass ich keine bekommen kann. Das ist mir irgendwie gesagt worden oder so und ja, bin dann halt so aufgewachsen, habe dann doch mal eine Periode bekommen. Also, ich habe gedacht, das ist alles rausgenommen worden, während des, also den OPs. Ja, dann habe ich meine Periode bekommen, dann hat es geheißen, das Jahr, aber keine Kinder. Ja, und dann habe ich geheiratet, ein Amerikaner mit 21. Sie sind jetzt zum dritten Mal verheiratet? Nee, nee, zum zweiten, das dritte Mal habe ich noch vorher, ne, aber... Achso, Entschuldigung. Achso, das ist doch so. Hab ich jetzt... Fast, fast. War meiner Zeit voraus. Ich wollte aber so ein Miss Taylor, ich finde das... Aber trotzdem müssen Sie ja auch damit fertig werden, wenn das so stimmt, damit fertig zu werden. Das hatten wir heute schon mal mit dem Fertigwerden, diesen roten Faden. Aber, dass Leute manchmal total erstaunt oder sogar erschreckt sind, wenn sie sie sehen, weil es so ungewohnt ist. Ich gehe davon aus, ja, dass das manche irritiert. Ja, genau. Das ist ja okay, das darf irritieren. Sind Sie dann offensiv oder wie gehen Sie damit... Kommt drauf an. Kommt, äh, auf mich an manchmal, einfach auf meinen Tag und auch manchmal auf die Menschen, die mir gegenüberstehen. Also manchmal provoziere ich ein bisschen, klar, spiele da auch mit. Und andere Male habe ich so eine Art wie so einen Schutz einfach, wo ich weiß, wenn ich zum Beispiel schwimmen gehe oder sowas. Menschen gucken, das ist ganz normal, aber ich muss mir das nicht volle Breitseite geben, also gucke ich, ich gucke einfach da nicht hin. Also ich schirme mich praktisch ein Stück weit dann einfach ab. Aber es ist schon Routine, also das ist jetzt... Sie müssen sehr sportlich sein, Sie haben ja auch keine großen Prothesen, sondern Sie bewegen sich ganz wesentlich auf Armen bzw. Händen fort. Ansonsten mit dem Rollstuhl natürlich. Aber das heißt, Sie müssen eine unheimliche Muskelkraft in den Schultern und in den Armen haben. Nicht Kraft, also wirklich nicht Kraft, das ist einfach Technik. Technik und natürlich permanent. Sie denken ja auch nicht drüber nach, wie Sie Ihre Beine benutzen und wie Kraftvoll sie sind oder nicht. Und das ist nichts anderes. Klar, trotzdem sind Hände anders als Füße. Ja, für mich geht beides. Ich habe ja auch Schuhe, ne? Sie sind ja eine Frau, die viel erreichen will und Sie haben sich auch mal auf das Experiment eingelassen, was mir schon bei Menschen mit Beinen sehr seltsam erscheint, wenn Menschen über glühende Kohlen rennen. Okay, jetzt frage ich mich. Sorry, was soll es? Sie haben es auch gemacht. Sie sind mit Ihren Händen über glühende Kohlen und über Scherben gelaufen. Also Scherben ist dann eher so ein Stehen, also Reingehen. Da geht es ja um diesen ersten Schritt, wenn man Angst hat, um sie wahrzunehmen und trotzdem zu gehen. Also Mut, das Thema Mut haben wir hier. Und Feuerlauf ist natürlich über Meter 5, 15. 15 war mein längstes. Und es ist nichts passiert? Nee. Mit welchem Gefühl haben Sie es hinter sich gebracht? Vor Feuer hatte ich richtig Respekt. Das ist ein Element oder Glut, ne? Das ist schwer einschätzt. War klar, es war nicht so ganz so wild. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich laufe, weil ich einfach ja sehr nah, ich laufe dann praktisch auf den Händen, also gekippt, ja? Also so, ich war sehr nah mit dem Gesicht und meine Haare, dann habe ich gedacht, wenn das Feuer fängt und meine Hose schmilzt, was ist das? Aber es ist alles gut gegangen und dann war es einfach geil, ja. Frau Norbert, Sie haben aber nicht nur diesen frühen Schicksalsschlag verkraftet und Ihr Leben in die Hand genommen und Ihr Glück sozusagen eingefordert oder sich auch geformt, unter anderem mit Ihrer Familie. Sie haben zwei Kinder, die mittlerweile erwachsen sind. Sie haben aber auch, wie das anderen Menschen natürlich auch passiert, Sie haben viele traurige Dinge auch verarbeiten müssen. Sie haben viele Todesfälle erlebt, Ihre Schwester beispielsweise ist gestorben, deren Sohn, Ihr Neffe ist gestorben, Freunde sind gestorben, Ihre Mutter ist vor wenigen Jahren gestorben. Das ist ja auch noch ein Päckchen, was Sie schultern müssten. Glauben Sie, glauben Sie, dass Sie da auch die nötige, ganz klar die nötige Kraft haben, die Sie aus Ihrem Unfall, aus dieser gewachsenen Resilienz haben aufbauen können, genutzt haben? Nee, da habe ich sie nicht benutzt. Nicht benutzt? Genutzt habe ich sie auch nicht, am Anfang nicht. Also ich war ja nicht damit einverstanden. Also dass meine Schwester gestorben ist an Krebs und mein Neffe war dann, da konnte ich da schon anders mit umgehen, das war ja einige Jahre später. Aber die Freunde und meine Schwester, da war ich nicht mit einverstanden und da hatte ich definitiv keinen Abruf dieser Kraft, weil ich habe es nicht mehr verstanden, ich habe es wirklich nicht mehr verstanden, was das soll. Und war dann eher so in dem Part der Verzweiflung und auch nicht mehr wollen. Also diese Frage, was hat denn das für einen Sinn hier? Was soll das Ganze denn? Und wie sind Sie aus dem Tal rausgekommen? Indem ich das Kämpfen aufgehört habe. Kann ich im Nachhinein sagen. Also es war wirklich, ich habe ja dagegen gekämpft. Also ich war nicht einverstanden mit dem, was geschehen ist und war dann wirklich ein Widerstand. Und das hatte ich ja beim Unfall nicht. Da war nie Widerstand, sondern das war einfach, das war halt so und fertig. Ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Aber da war ich im Widerstand und das hat die Kraft gekostet. Mit Ihrer Mutter hatten Sie vor Ihrem Tod, wenn ich es richtig verstanden habe, keinen Kontakt mehr? Nein, seit dem Tod meines Neffen. Das ist eine harte Geschichte. Vorhin hat André Hennecke einmal gesagt, zu Tod gehört auch, oder zum Ende gehört auch Versöhnung. Bedauern Sie, dass es da keine wirkliche Versöhnung gegeben hat? Ich denke, also wirklich nicht weit darüber nach, es macht wenig Sinn. Also ich habe für mich Frieden, in mir Frieden. Und ich denke, das ist das, was ich in dem Moment auch erreichen konnte. Meine Mutter, ja, hat nun mal eben dem Alkohol ihr Heil gesucht. Und dann ist das noch ein bisschen schwierig. Also wenn der andere Partner nicht mitmacht. Und von dem konnte ich ja nur das für mich irgendwo verarbeiten und auch für mich wirklich in Frieden sagen, okay, es ist fein, ich will dich auch nicht mehr ändern, weil ich es wollte dich ja auch. Halten Sie sich eigentlich geeignet für ein Vorbild für andere? Gerade wo Sie diese Krise auch überwunden haben. Ich selber nicht wirklich. Manchmal bekomme ich das gesagt. Im Gespräch wird mir das so klar, dass Sie eigentlich zum Vorbild, zumal Sie auch ein Buch gerade geschrieben haben, ein Koffer voller Glück. Also diese Fähigkeit, das Leben anzunehmen, auch gegen Widrigkeiten und auch Dinge dann auszuhalten oder hinter sich zu lassen, wie Sie es eben beschrieben haben, nach den Todesfällen. Also was ich mir einfach wünsche, ist, dass das vielleicht zu nachdenklichen anregt. Ja, einfach nur so als Inspiration wirklich dient. Und wir können ein bisschen was dafür tun, dass es uns gut geht, vielleicht auch mal zu handeln, ein bisschen mutig zu sein. Aber so wirklich zu sagen, okay, wenn die das geschafft hat und die jetzt, also ich sage mal, wirklich ein sehr, sehr schönes Leben oder ein reiches, ein erfülltes Leben leben kann, kann ich das auch. Ja, und wir sind ja einfach oft doch an so Kleinigkeiten, wo wir uns so festmachen. Naja, ich sage jetzt mal, Beine sind keine Kleinigkeiten. Und dieser eine Satz von Ihnen, den Sie gesagt haben, sinngemäß zitiere ich den, ich habe mir eines nie gewünscht, meine Beine zurückzuhaben. Über den Satz komme ich auch nicht ganz drüber, auch wenn Sie ein tolles Leben führen und sehr viel Kraft ausstrahlen. Wäre das nicht mit Beinen trotzdem einfacher? Es wäre ja komplett anders, das wäre ja nicht mehr mein Leben. Also es wäre ja ein komplett anderes Leben. Wir haben das, also das Einzige, wo Prothesen mal ein Thema waren, war bei meiner Schwester und mir, da haben wir einen Banküberfall geplant. Und ich hätte ja keiner gefunden, aber ansonsten. Ja, da können wir dann abschnallen, ich finde ja keiner mehr. Aber es war nie, es wäre nicht mehr ich. Also, ne? Das Leben leben. Silke Nauenbeetz. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Barbara Mayer, wenn Sie im Oktober 2006 nicht neugierig ein Casting für Germany's Next Topmodel besucht hätten, was glauben Sie, wo wären Sie heute? Das ist irgendwie diese Frage zurück, das wäre ja nicht mein Leben. Heute haben Sie Ihr Leben, aber was wäre da wohl daraus geworden, wenn Sie damals nicht da gewesen wären? Ich glaube, ich hätte ganz klassisch mein Studium zu Ende gemacht, ich habe Mathematik studiert zu der Zeit, wäre wahrscheinlich in irgendein Computerunternehmen gegangen, hätte da irgendwas mit Programmieren, Internetverschlüsselung, sowas gemacht. Ja, und würde wahrscheinlich eher auf dem Land leben, ich glaube nicht, dass es mich so in die Welt hinausgezogen hätte. Ja, ganz klassisch wahrscheinlich Hausfamilie, Kinder. Sie waren eine begabte Mathematikstudentin und Sie waren sogar, als Sie schon Germany's Next Topmodel geworden sind, sind Sie noch vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft zur Botschafterin für Mathematik auserkoren worden damals. Da hatten Sie schon ganz anderes im Sinn. Nein, hatte ich eigentlich nichts. Also ich hatte eigentlich nichts, ich hatte anderes im Sinn, aber die Mathematik ist immer da geblieben. Also das ist einfach eine riesengroße Leidenschaft gewesen, die, wenn ich kitsche, ich annehme, in meinem Herzen war. Also ich brenne da auch immer noch dafür, mir tut es leid, dass ich das quasi nicht beides gleichzeitig machen konnte. An diesem Punkt kann ich Ihnen nicht wirklich folgen. Wenn sich die Chance ergibt, ich versuche immer alle Leute von der Mathematik zu begeistern. Also ich mag das auch heute noch und ich finde, das ist einfach ein unglaublich tolles Fach. Ich verstehe nicht so ganz, warum Schüler das nicht so gern mögen. Ich bin immer noch begeistert. Das ist toll für Sie, dann können Sie auch Ihre Rechnung besser kontrollieren. Aber Tatsache ist, Sie haben sich für ein anderes Leben dadurch entscheiden können, denn Sie sind Germany's Next Topmodel ja schon gesagt geworden und so umstritten die Sendung ja ist, da muss man ja mal ganz deutlich dazu sagen, so sehr sagen Sie, für mich war es ein Glück, dass ich das gewonnen habe, weil ich einen Schritt in ein ganz neues Leben wagen konnte. Hier sieht man Sie neben Heidi Klum. Ich finde, Sie sehen sich relativ ähnlich, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Wie galt. Ja. Auf den ersten Blick ist Ähnlichkeit da. Meines Models, also schöne, oder so. Das kann ja sein. Aber in Ähnlichkeit sind da doch nicht ähnliche Typen, oder? Sie sind doch eher so introvertiert, denke ich. Mathematikerin ist Heidi Klum jetzt auch nicht. Das stimmt natürlich. Ist sie nicht. Aber wenn Sie an diesen Wettstreit zurückdenken, an dieses Casting, an diese Castingshow, wie war denn die Atmosphäre unter den jungen Mädchen? Ich glaube, es ist immer, wenn man 20 Frauen in einem Haus wohnen lässt, angespannt, nennen wir es mal so. Wenn alle das gleiche Ziel haben, jeder weiß, alle um einen Rumpen sind Konkurrentinnen, klar, es gibt da immer Reibereien. Ich war aber damals tatsächlich so, dass ich gesagt habe, gut, ich habe da ein Ziel, ich will weiterkommen, ich will gewinnen, sonst hätte ich da nicht mitmachen müssen. Und es macht keinen Sinn, dass ich meine ganze Energie reinstecke, alle anderen zu bekämpfen. Also ich war dann vielleicht ein bisschen einsamer, weil ich mich da einfach rausgezogen habe. Straight durch. Es war friedlicher für mich so, ja. Und wenn man so etwas gewinnt, komm, wie funktioniert das dann? Kommen dann automatische Agenturen auf Sie zu? Haben Sie selber die Möglichkeit, zu sagen, ich will aber jetzt das und das oder da und dahin? Da ist ja ein neues Leben oder ein neues Terrain, auf dem Sie sich damals noch nicht ausgekannt haben. als, ich sage jetzt mal, kleine Mathematikstudentin aus Regensburg. Ja, es war eine komplett neue Welt für mich. Und klar, es kommen ganz viele Agenturen, es kommen viele Manager, die alle sagen, ich bringe dich ganz groß raus, du musst mir vertrauen. Ich hatte zum Glück damals... Oh Gott. Was waren die denn noch? Ich wusste natürlich nicht, wo kann ich mich hinwenden, an wem kann ich vertrauen oder nicht. Es war halt überhaupt nicht meine Welt. Aber ich hatte auf der einen Seite ProSieben, die mich quasi unterstützt haben, noch ziemlich lang. Ich hatte eine Modelagentur in Paris, IMG ist eine der weltgrößten Agenturen, die mich auf der Modelseite betreut haben. Und von dem her war ich da in guten Händen, ich habe den Leuten vertraut, dass die wissen, was sie tun und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Sie sind aber erst mal auch dann nach Griechenland beziehungsweise nach Istanbul gegangen, haben sehr viel Brautmode getragen. Finde ich auch sehr schön. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin in der Türkei unglaublich viel für Brautmoden gebucht worden. Und ich habe mir immer gedacht, ich kann nicht verstehen, welche türkische Frau mich auf einem Plakat anschaut und sagt, genauso möchte ich auch schon bei meiner Hochzeit. Ich kann es nicht verstehen, aber ich hatte keine Ahnung, wie viele Hundert Brautkleider in meinem Leben schon anhört. Aber die Frage ist die, wann haben Sie zum ersten Mal den Spruch gehört, die ist zu dick? Ich glaube, das war sogar während unserer Sendung noch, während Topmodel. Aber ich habe das öfter mal gehört, aber ich habe das auch mitbekommen, dass das zu Frauen gesagt wird, die definitiv untergewichtig waren. Also es wird so ziemlich einfach jedem Model gesagt, dass es zu dick ist. Warum ist das so? Das ist doch krank. Es ist krank. Ich glaube, dass es für die Modebranche Sinn macht. Weil es ist doch so, es gibt ein Kleid, das sind erst mal Einzelstücke, das wird auf dem Laufsteg gezeigt, dann wird es vielleicht zu Vogue geschickt, die darf damit fotografieren, dann wird es zu Elle geschickt, zu Harper's Bazaar. Und jedes Model, die auf dem Laufsteg, die bei jedem Shooting, muss in dieses Kleid reinpassen. Und ich glaube trotzdem, wenn eine Frau, so ab, sagen wir mal, Kleidergröße 36, 38, die eine hat mehr Brust, die andere hat mehr Po, die andere hat vielleicht mehr Beine, dann sieht das Kleid nicht mehr gleich aus. Ich glaube, das ist einfach durch dieses System bedingt, dass ein Kleid immer gleich an allen Frauen aussehen muss. Aber ich habe durch Sie jetzt gelernt, ich habe durch Sie gelesen, dass die Kleider, die dann vorgefertigt sind und in die jeder reinpassen muss, damit ich sie nicht mehr erinnern muss, das ist Kleidergröße 32. Das sind auch Kindfrauen. Teilweise, ja, aber teilweise sind die Mädchen auch einfach 15, die das anhaben auf dem Laufsteg. Aber Kleidergröße, wie alt sind Sie jetzt, sind um die 30 Jahre alt. Ich bin 30 geworden. Ist man da verbrannt als Model oder kann man weitermachen? Ich war, glaube ich, ich habe so mit 20, 21 angefangen, auch da war ich eigentlich schon zu alt. Also ich war bei den Castings meistens nicht die Dünste und ich war auch definitiv nicht die Jüngste da. Ich war auch nicht die Größte. Also meine Voraussetzungen waren nicht so gut, dafür ist es sehr gut gelaufen. Aber die Mädchen sind halt einfach alle 15, 16, 1,80 groß und kein Gramm fett. Das ist einfach so. Die schauen auch alle anders aus, sagen wir mal so was ich sage. Das heißt also, dass Sie zum einen ein neues Leben haben führen können, was total interessant auch war, indem Sie in New York gewesen sind, in Paris gewesen sind, in Istanbul, in der Welt rumgekommen sind. Zum anderen hatten Sie aber immer Druck im Nacken. Die ist bald zu alt, die ist jetzt schon zu dick, dieses und jenes. Schön stelle ich mir das auch nicht vor. Es ist sehr schwer. Ich bin trotzdem dankbar dafür, weil mich das sehr geprägt hat. Ich muss sagen, ich war in der Schule sehr strebsam. Ich hatte immer sehr, sehr gute Noten und ich war das eigentlich schon gewöhnt zu bekommen, was ich will. Einfach durch viel Fleiß und es hat aber immer alles funktioniert. Und ich glaube, das war für mich eine ganz tolle Lektion, dass ich wirklich rausgegangen bin und auch wenn ich fleißig war, was nicht bekommen habe. Ich glaube, ich musste das tatsächlich auch lernen. Ich war schon als Kind immer so eine schlechte Verliererin, wenn wir irgendwie ein Brettspiel gemacht haben und ich habe nicht gewonnen, habe ich alles weggeschmissen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen auch das sind Erfahrungen und am Ende des Lebens, glaube ich, geht es nicht darum, dass man immer alles schön hatte, sondern dass man was erlebt hat und das habe ich. Also jetzt weiter. Das bringt mich dazu, dass Sie sich irgendwann vor wenigen Jahren, ich glaube, es war 2000, wann war es? Der New York Marathon war 2013. Da haben Sie sich gesagt, obwohl Sie keine große Läuferin waren, ich laufe jetzt mal in New York mit. Wiegald, du hast auch schon Marathon hier nicht gebracht, mehrere glaube ich. Ich habe einen geschafft und Sie haben gedacht, das finde ich wahnsinnig komisch, liebe Barbara Mayer, Sie haben gedacht, so New York Marathon, 42 Kilometer, das läuft man in so einer Woche ab. Naja, ich dachte halt, man fängt am ersten Tag an, läuft man einen Kilometer, am zweiten Tag läuft man, super, super. 42 Tage lang. Ich hatte gesagt, ich soll 42 Tage trainieren, ja gut, es war dann doch etwas anders, aber ich hatte das auch nicht geplant, ich war nie großartig laufen. Und wo wurde das Missverständnis aufgeklärt dann? Naja, es ging so los, ich wollte ja eigentlich diesen Marathon gar nicht laufen. Ich war mit Freunden feiern und die Männer haben so gesagt, sie laufen jetzt in New York den Marathon und wir Frauen können dann Schule shoppen gehen. Und ich war dann natürlich so ein bisschen angeklaufen Ärger gekränkt, habe ich gesagt, natürlich laufe ich mit, die Männer fanden das toll, die fanden das super. Und ja, so kam das halt dann, dass ich dann gesagt habe, ich bewerbe mich da, das ist ja eine Lotterie, alle wollen immer, keiner bekommt diese Startplätze, bewerbe ich mich halt. Gut, das war dann so die Rache des Schicksals, weil ich so großmütig war, und ich habe gesagt, aber klar laufe ich damit, bin ich ausgelost worden und da habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Aber da sieht man, dann sind Sie unter vier Stunden gelaufen, was wirklich ziemlich klasse ist für eine Frau, die vorher nicht gelaufen ist und seitdem haben Sie auch Ihre Leidenschaft fürs Laufen erst entdeckt und dann behalten, auch in Ihrem Buch, was Sie geschrieben haben, wo Sie sagen, es geht darum, dass jede Frau nicht irgendein spezielles Gewicht erreicht, sondern ihr Glücksgewicht. Die muss, verschiedene Sachen sollte sie machen, damit sie sich auch frei macht von diesen äußeren Zwängen, unter denen viele Models leiden. Wie sieht die Zukunft eines Models mit um die 30 aus? Also bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Ich bin jetzt nicht mehr in Paris, Mailand und mache diese super High Fashion und stelle mich da mit 15-jährigen Mädchen in die Schlange. Das glaube ich, muss ich jetzt nicht mehr machen. Aber ich habe ganz tolle Kunden. Ich arbeite ein bisschen kommerzieller im Model-Bereich, mache mehr Werbung. Ich habe das Schauspielen, ich habe eben das Buch geschrieben und ganz viele verschiedene Projekte und bin da eigentlich ganz happy gerade, so wie es läuft. Ein Leben beeinflusst von Heidi Klum. Vielen Dank. Danke, dass Sie da sind. Lieber Michael Wurst, Sie sind Stadionsprecher beim VfL Bochum. Sie sind in Bochum bekannt wie ein bunter Hund. Sie sind in der Versicherungsbranche eine der ganz großen in diesem regionalen Gebiet. Können Sie sich ein Leben außerhalb von Bochum überhaupt vorstellen? Nein, ich bin auch ganz überrascht, dass es noch andere Städte gibt. Sie sind jetzt 41 und immer noch unter ständiger Beobachtung Ihrer Eltern. Sie wohnen alle unter einem Dach. Das heißt, genau genommen sind es zwei Dächer, aber egal. Ja, ganz genau. Also bei uns im Rupport, da gibt es natürlich Gegenden, wo es noch so alte Häuser gibt, die ein bisschen verbaut sind. Und wir wohnen da alle unter einem Dach, haben da insgesamt, glaube ich, acht oder neun Mietparteien in unserem Haus, was uns gehört. Und fünf davon sind von der Familie Wurst belegt. Also viel Glück auch da an die anderen Mieter, die haben da relativ wenig zu sagen. Und es kommt aber immer wieder, wenn man die auch mal hört, im Kölner Treff, es läuft immer wieder eigentlich auf das Gleiche raus. Und das finde ich so spannend jetzt auch, wenn man die Geschichten hier hört, dass, glaube ich, jeder, der in den Spiegel guckt, sich eigentlich ein intaktes Familienleben mit allem, was dazugehört, mit Krieg und Frieden, einen Wünsch, einen Rückzugspunkt. Wenn ich da eine Geschichte höre, dass du gesagt hast, du bist dann nach Berlin gefahren, weil du nicht mehr so viel da bist, also ich habe meinen Vater, meine Mutter, meine Onkel, meine Tante, meine Frau, meine Kinder halt permanent um mich herum. Ich komme gar nicht in diese Bredouille, natürlich auch, wenn ich mal öfter weg bin. Aber wenn ich dann nach Hause komme, dann ist doch wirklich das Zuhause, wo meine ganze Familie ist. Aber wollten Sie irgendwann trotzdem mal weg als junger Mann? Also eigentlich wollte ich nie weg, tatsächlich nicht. Ich habe immer gesagt, ich bin in Bochum geboren, ich lebe da und ich werde da auch begraben und bisher halte ich mich dran. Das sagt Ihr Vater genauso und auch dessen Bruder, der ja sieben Minuten älter ist. Ja, richtig. Also die beiden sind Zwillinge und ich kann Ihnen garantieren, wenn, wir bekommen jetzt eine Sendung über unsere völlig normale Familie im WDR Fernsehen und wenn das in Bayern einer sieht, dann denkt er, im Ruhrpott ist ein UFO gelandet und da sind drei ausgestiegen. Wir haben die Familie kennengelernt, meine Firma, und wir machen diese Serie und sind davon einfach sehr begeistert und sind sicher, das wird was, weil wir sowas noch nicht erlebt haben, noch nicht gesehen haben, denn Sie wohnen nicht nur unter einem Dach, sondern Sie haben das Haus, den Beruf und es ist fast mehr als ein Hobby, die Musik. Ja, wir spielen halt super viel, wir sind eine Coverband, eine sehr gut gebuchte und dementsprechend kann man eigentlich sagen, dass gerade wir drei Jungs, wir gehen Montagsmaus um 10 aus dem Haus und am Sonntagmittag sehen wir uns dann halt nicht mehr und dann geht es am Montag aber wieder weiter. Wenn man Ihren Vater sieht und dessen Bruder den Zwillingsbruder, zwei weitere Würste neben Ihnen, ja? Ich sage übrigens an der Stelle immer, einmal nur ganz kurz, ich gebe auf jeden Fall sofort einen aus und einen einen Sprung mit meinem Namen bringt, den ich noch nicht gehört habe. Wahrscheinlich kennen Sie alle, wahrscheinlich kennen Sie alle. Aber ich frage mal, die beiden, ich meine auf der Bühne zu stehen, Sie sind die Generation davor mit dem Jungsbund, wie viel Konflikt potenziell, wann kriegen Sie sich in die Wolle? Über die Lieder oder worüber? Oder nie? Ab und zu mal zwischen meinem Sohn und mir kommen ein paar böse Blicke, wenn mal was auch mal falsch gespielt wird. Aber sonst ist ja einigermaßen zu ertragen. Eigentlich ist es sehr, sehr interessant, diese Konstellation der Jugend. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir es nicht damals so gemacht hätten, dass wir gesagt haben, wir haben unsere Erfahrung, jetzt lassen wir die Jugend dran und muss sich der heutigen Musik auch ein bisschen antassen, dann verliert man irgendwann, wird man einfach nur eine alte Band und ein alter Mann. Man sieht Ihnen aber trotzdem an, dass Sie jung gebliebene Rocker sind. Ja, ganz klar. Sehr charmant. In dem Fall, das ist immer eine Frage der Perspektive, wenn Sie über einen 41-Jährigen sagen, die Jugend. Ja, es ist alles relativ, es ist alles relativ, lieber Michael Wurst. Aber ist Ihnen, als Sie Jugendlicher waren, wirklich Jugendlicher, auf den Wecker gegangen, dass Ihr Vater und der Onkel mit so einer Menge durch Bochum gerannt sind? Nee, also tatsächlich nicht, weil ich sage halt immer an der Stelle, ich war relativ früh schon, ja, nicht loyal ist sogar das falsche Wort, sondern ich habe eigentlich ganz, ganz viele Leute um mich herum akzeptiert. Und bevor man sich eine Meinung bildet, sollte man vielleicht auch echt mal probieren, ab und zu mal dahinter zu gucken. Die Zeit nehmen wir uns halt heutzutage gar nicht mehr, weil es ja auch viel, viel leichter ist zu werten und ich nehme mich da gar nicht raus, um Gottes Willen. Also wir bilden uns ja innerhalb der ersten drei, vier, fünf Sekunden bilden wir uns eine Meinung. Und wenn wir zum Beispiel mit unserer Cover-Band in einer Veranstaltung spielen, wo das Publikum älter ist, dann ist der erste Satz, womit ich eröffne, ich sage, Ihr braucht keine Angst, wir spielen kein Heavy Metal. Weil das ist natürlich sofort der Eindruck, der erweckt wird. Ich will da keinen Stein werfen, aber ich finde es halt immer einfach, mit Finger auf andere zu zeigen. Von daher war mir das nie peinlich, sondern ich war eigentlich immer stolz darauf, dass ich eine sehr, sehr jung gebliebene Familie habe, immer noch. Und ich kann mit Fug und Recht heute mit 41 sagen, und ich bin ja in der Mitte nochmal, ich bin selber ein Papa von zwei Kindern und bin auch noch ein Sohn. Ich kann mit Fug und Recht sagen, mein Vater ist mein bester Freund. Ihr Papa hat aber jetzt gerade geschluckt, das habe ich gesehen. Ich habe den nicht in der Blickrichtung, als Sie das gesagt haben. Und wenn man die beiden so ansieht, Versicherungskings nimmt man sie auch, im Ruhrgebiet, das war ja nicht immer so. Sie beide waren Polizisten. Richtig. Sie sind aber nicht wegen der Frisur aus dem Dienst entlassen worden. Nein, zur damaligen Zeit war das wirklich so, das war ja zu der Zeit, wo es noch keine Polizistinnen gab und wie wir gelernt haben, noch in der Kaserne. Und das war im Endeffekt so ähnlich wie beim Bund. Warum haben Sie den Job gewechselt? Polizist ist auch eine gute Anstellung. Das ist eine andere Geschichte. Man hat uns getrennt. Ja, man hat uns getrennt. Man hat uns Vorgaben, den Fußballverein im Endeffekt wegzunehmen, weil wir haben damals auch Fußball gespielt, auch in der höheren Liga. Da habe ich gesagt, das machen wir nicht. Und seit dem Zeitpunkt habe ich gesagt, mir schreibt keiner mehr vor, wie ich meine Haare zu tragen habe. Und seitdem wachsen dann. Wir wissen natürlich auch schon durchaus, dass wir ganz, ganz oft in den verschiedenen Facetten unseres Lebens einfach gegen Vorurteile kämpfen. Weil da machen wir uns nichts vor. Ich glaube, jeder, der im Studio sitzt, inklusive der Jungs und Mädels hier in dem Schulkreis, man hat ja ein Bild von dem Berufszweig vor Augen. Wenn ich jetzt einen Banker habe, dann habe ich einen im Anzug. Und ein Bäcker ist für mich einer mit einer Mütze. Das hat jeder. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie machen einen Termin für Ihre Versicherungsunterlagen, machen die Tür auf und da stehen wir drei. Da guckt man schon mal ein bisschen komisch, natürlich. Ja, hat aber wohl geklappt. Ja, es klappt sehr gut. Also wir betreuen irgendwie knapp 4000 Kunden in zwei Agenturen. Bei uns in Bochum haben wir auch ein paar Angestellte, lassen das aber in der Familie. Aber also, wie gesagt, die Leute im Pott, die nehmen uns halt so, wie wir sind. Und der Rohrpottler hat solches auch eher Angst und Respekt vor dem Anzug trägen. Na ja, und was ich eben schon gesagt habe, Sie sind bekannt wie München in Bochum, unter anderem deshalb, weil Sie Stadionsprecher beim VfL sind. Wie wird man denn so was? Die haben angerufen und gefragt, ob ich das machen möchte. Ich habe gesagt, ja, und seitdem bin ich da. Wir gucken jetzt mal kurz rein in so kleine Szenen der Familie Wurst. Oh Gott, wir haben die noch nicht gesehen. Das wissen Sie schon. Ja, gab schon Szenenapplaus gerade. Gibt es bei Ihnen eigentlich im Zuhause Rauchverbot? Ja, auch das mit Sicherheit. Also wir haben ja von Anfang, muss ich einmal ganz kurz ausschauen, wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir sowas machen, dass wir uns begleiten, das mit der Kamera, dann machen wir das auch wirklich so, wie wir sind. Und dazu muss man jetzt sagen, dass auch das mit Sicherheit sehr, sehr konträr diskutiert wird, weil meine Mama, die heute auch hier ist, die hatte vor fünf Jahren eine OP wegen Kick-Off-Krebs, also der Kick-Off ist rausgenommen worden. Es ist angeblich so gewesen, dass das Rauchen da damals nichts mit zu tun hat. Da machen wir uns nichts vor. Also man sagt jetzt auch nichts Neues, wenn man weiß, dass Rauchen die Gesundheit gefährdet. Wir sind sehr starke Raucher und haben auch da zum Beispiel von Anfang an gesagt, dass wenn ihr das machen möchtet mit uns, dann gehört, ob das jetzt gut ist oder nicht, das Rauchen aber mit zu uns dazu. Genau so wie die Musik. Sie haben ja einmal eine Niederlage erlitten. Ihr Selbstbewusstsein ist ja nicht schlecht, lieber Michael Wurst. Ich weiß, wüsste ich jetzt nicht, was Sie meinen. Bei Voice of Germany war es doch, wo Sie so schön gesungen haben, es hat sich keiner rumgedreht. Ja, ich sag mal, man muss das anders sehen. Also das Publikum hat getobt, aber da waren vier im Saal, die fanden das nicht so toll. Okay, damit können wir auch leben. Die Musik. Welche Rolle spielt die Musik? Eine der ganz Großen, eine ganz Große bei Ihnen? Genau. Also die Musik ist eine, im Endeffekt unser Leben. Wir sind auch ganz breit draufgestellt, was man nicht weiß. Ich schreibe ganz viel für deutschsprachige Interpreten. Wir machen eigentlich was für Wollner, das ist auch noch ganz wichtig. Was wollen Sie uns jetzt bringen? Ach, einen Song, New York Mining Disaster 1941. Kennen Sie den? Nee. Aber gleich. Ja, das war der erste Hit, den die Bee Gees damals hatten. So. Ja, los geht's. Komm. Komm mal hoch, Papi. Kleinen Applaus für mein Papa, meine Damen und Herren. Bist du aufgeregt, oder was ist das? Bist du aufgeregt, oder was ist das? I keep straining in my ears to hear a sound. Maybe someone is digging on the ground. Or have they given up on all the mel to bear? Thinking those who once existed must be dead. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you gossle and slide. Don't go talking too loud, Mr. Jones. Die Familie Wurst, Montagabend. Die Familie Wurst mit haben neuer 21 Uhr im WDR Fernsehen. Liebe Leute, danke, dass ihr alle da wart. Das geht ans Publikum und natürlich an diese wunderbare Runde. Prima. Danke, danke, danke. Wir sehen ein schönes Wochen, eine bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Super.